Es hat sich ausgekrecht. Halte die Warn steif, ja? Und weil das ja nicht irgendwie so 10 Meter direkt neben dem Haus ist und er das sieht. Also ich den gerade umhau. Was eigentlich als Beweis gelten müsste. Er will auf jeden Fall einen Beweis. Also nicht vergessen, das Ding zu looten. Sonst ist der nicht happy hier. Na ihr seid mir ja ein munteres Persönchen. Und dir geht es scheinbar ganz gut dafür, dass dein Kollege da tot ist.